Hallo! Willkommen zurück. Bei einer geselligen Runde. Ich sag's euch zusammen, bei denen kann man nur lachen. So, oh, meine FPS-Zahl sieht man noch, die müssen wir wegmachen. Ja, wir sind ja hier professionell. Mehr oder weniger. Oh, scheiße, jetzt ist sie da unten in der Ecke. Na, jetzt ist sie weg. Ja, ist ja nicht so schlimm. Du hörst dich an wie ein Pädophiler. Das macht ja nix. Ey, wieso hast du das zugeklackt hier, ey? Da soll eine Treppe hin, ja? Ja, ich hab Ding-Bumm-Bumm-Ding. Du musst hinter dir das Ding wegmachen. Oh. Ey, 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 ey! Schön locker bleiben, Frauner, gell? Ich komm gleich vorbei. Wenn ein Creeper reinkommt, bitte sag's vorher Bescheid. Ne, ich renne dann einfach feige weg und lass ihn zu dir kommen. Das war der Plan, so. Ich baue mich dann zu. So, die Treppe hier runter haben wir schon erledigt. Ich geh danach mal Erde sammeln, damit ich von außen wieder überall Erde hinmachen kann. Okay, Boss. Mach doch die Tür zum Besoffel. Willst du, dass Creeper kommen? Gib's dir doch gut! Geh mal Wolle sammeln, du Penner. Ja, sonst müssen wir heute Nacht wieder wach bleiben. Ey, ich war bis heute Morgen auch um 5 Uhr wach. Ja, also dann kannst du auch mal wach bleiben hier. Ja, aber bei Tag schafft es sich einfach schöner. Ich hab mir ein Eisenschwert gemacht. Ja, was? Die Tür benutzen hier raus. Geh mal hier hinter uns raus. Oh, das ist ein schöner Wald. Direkt über unser Haus drüber. Oh, das ist voll der geile Wald, ey. Oh, ich hab so rosa Blumen, ey. Irgendwie ist das unsymmetrisch 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir wurden auch hin an einem Iglo. Ja, das kann doch trotzdem symmetrisch sein. Sei mal nicht so pingelig. Du bist doch so pingelig! What? So. Ich find hier irgendwie keine Schafe. Irgendwie nur die ganze Zeit Eier. Eier, Eier, Schweine. Schweine, Eier. Das passt ja zu dir. Und so, du bist Schwein. Du bist das Ei. Ich mach mal da Druckplatten an die Tür. Ja, wollte ich auch machen. Aber ich wusste nicht, wie man die Druckplatte macht. Rezept schnell. Oh, das weiß ich auch nicht. Ich bin es zu arg von der Xbox-Version gewöhnt. Das wissen meine Zuschauer auch schon. Ich hab sogar gesagt, du weißt, dass ich viel auf der Xbox gespielt hab und noch voll der Nerd am gesehen bin. Du warst früher voll der Junkie an der Xbox. Oh, hier ist eine Lavaquelle. Hol mal einen Eimer und dann nimm mal Lava mit. Dann brauchen wir nicht immer Kohle wegpfeffern. 100 Blöcke ist ja... Ja, mach mir den Eimer, komm. Du hast doch selber Eisen. Ja, nicht mehr. Ich hab mir ein Eisenschwert gemacht. Ein was? Ein Eisenschwert? Ja. Ja. Ich hab schon ein Shirt verstanden. Eisenschwert. Hier sind voll viele Kühe, aber... Irgendwo ein Schaf, Mann. Minecraft regt mich auf. Dann spielst nicht. Da ist ein Hund. Ich hab Knochen, Alter. Bring den her. Ja. Ich hab selber Knochen. Okay. Ja, das ist mein Hund mit dem ersten Knochen. Komm her, Babo. Du wie ich meine. Weißt du, was ich lustig finde an der PC-Version? Wenn du diesen Knochen in der Hand hältst, dann denkst du, das wär dein Arm. Ist bei der Xbox-Version nicht so? Ich weiß gar nicht mehr. Ne, da siehst du deine Hand und siehst, wie da was in der Hand trägt halt. Ah, okay. Boah, hier ist ne geile Schlucht. Da auch nicht. Was jetzt? Du hast im Planschbecken. Du hast im Planschbecken. Oh Mann, Nino. Ich hoffe, ich treff dich nachher noch. Ja, das sind alle HD. All Definition. Schärfer. Schärfer ist die Realität. Wie der seine Nase zuhört, um so zu reden. Der durchschaut meine Profi-Tipsel, ey. Oh Mann, ey, hier fängt schon die Winterlandschaft an und ich find nix. War super. In der Winterlandschaft gibt's auch Schafis. Schafis. Ich hab ne Kollegin, die heißt Schafi. Echt jetzt? Ja. Das sagt einfach, wie seine Kollegin heißt. Als ob die jemals meinen Channel angucken wird. Pass auf, die wird nachher größter Fan. Ey, hier ist voll die geile Schlucht. Da ist ein Schaf! Warte, ich mach mir ne Schere, ich hab da noch. So ein Penner zu mir sagte, der hat nix mehr. Ich muss mal kurz was gucken bei Ding. Ach der Hund, ich denk grad an er noch nen Hund, aber das ist ja mein Babbo. Jawohl, kurz mal drei Wolle auf einmal geschert und so. Der Schlucht, da siehst du nix von oben. Ähm, oh, das war jetzt knapp. Ich hab ne Fledermaus gesehen. Ne Fledermaus. Ne Fledermaus. Ne. Du willst doch Lampen. Nein. Pflasterstein, Pflasterstein Stufen hin machen. Meinst du die bei Gronkh? Hey, mach doch nicht Werbung. Ach was Spaß, Alter. Kronkh, du bist cool. Das Beste von Kronkh sind eh die Let's Eats. Das sind die Besten. Weißt du was? Weißt du was ich gut find jetzt hier? Ohne Werbung zu machen oder so, aber ich hab das Ding gefeiert, dieses Let's Trash. Wie heißt das? Landwirtschaftssimulator. Hast du gesehen? Das musst du auf jeden Fall angucken. Ne, ne, ne. Also ich kenn jetzt von, 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 von GameTube und so etc. kenn ich jetzt, ähm, diese Polizeisimulator und so alles. Die sind, die sind bei den Spielen immer. Also ich, ich muss sagen, ich guck eigentlich gar nix anderes. Ich guck, oh, da ist ein Creeper. Oh. Also ich guck viel, viel Minecraft Let's Play von Kronkh gerade. Weißt du, hier ist überall Eisen und Kohle und meine Hacke ist gleich kaputt. Das sieht schon scheiße aus, muss ich echt sagen. Was? Unser, unser Haus. Das ist unser Iglo, ja? Also jetzt nennt man hier Narre Schörde, ja? Ja, ja. Also ich muss sagen, die Schlucht war der größte Reinfall überhaupt. Hast du jetzt eigentlich ein Schaf? Ja. Ich grabe mich jetzt nicht raus und dann werde ich gleich vom Zombie angegriffen, ey. Jeder Zombie hat's verdient. Ja, weil dann würde ich ziemlich weit fliegen. Aber ich hab einen Hund dabei. Snoop Doggy Dog, Bruder. Snoop Doggy Dog. Oh, yeah. What's my motherfucking name? Snoop Doggy Dog. Das kenn ich jetzt nicht. Ich kenn nur, ähm... Hi, my neighbors. Hi, my neighbors. Ender Bitch. Ender Bitch. Ne, das ist was anderes. Der geht auf Strich und so. Mein Hund, mein Hund greift den an, der macht den fertig. Woah. Warte mal, vielleicht droppt der andere Ender Perle. Hey. Hey. Oh ne, da ist Spinne. Schnell weg. Spiderman. Nino, ich bin nicht mehr nach Hause. Was jetzt? Hast du geschissen? Woah, da ist voll viel Eisen, Bruder. Bruder, lang. Da ist so viel Eisen. Musch reinbeissen. Und danach richtig scheisse. Oh, super. Soll ich dir was sagen? Ich hab keine Hacke dabei, ich dummkopf. Selber schuld. Aber weißt du was? Ich hab doch hier ein bisschen Holz dabei, da mal eine schöne Werkbank. Guck mal, mein Hund macht die EPs. Jawohl, du bist der Babo-Dog. Du bist Babo-Dog. Babo-Dog. Der Babo-Dog. Babo-Dog. Mach mir den Eisenspitzhackel. Eisenspitzhackel. Aber jetzt geht das schon wieder runter auf 9 FPS. Sag mal, wie siehst du das? Hast du das bei dir an, oder was? Ich mach das halt ab und zu an, wenn das leckt. Und dann guck ich. Der kann nix dir in Zufall überlassen. Ja. Ja, ich hab das auch am Anfang an. Ich muss gucken, ob das aufnimmt. Nachher ist alles umsonst. Da würde ich ja weinen. Warte mal, jetzt muss ich auch mal gucken. Leck nicht, Mann. Ja, bei mir nimmts auf. Ich hab richtig viel Eisen gefunden, Digga. Ich muss mal hier kurz... Und das sind aus den Kriegen. Lalalalalala. Lalalalalala. Oh, DoggyDog, Alter. Der läuft mit mir in die Höhen rein, Alter. Der mag eigentlich Schlitze hier. Wie still wir sind, wir machen hier voll Schweigeminute, ey. Ey, ich mach grad Grafikeinstellungen. Was sollen deine Freunde nicht sehen hier im Let's Play? Ja, das... Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Mal studier's damit. Ich hab doch keine. Ich muss mal kurz aufhören aufzunehmen. So, hallo, ich bin wieder da. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Willkommen zurück im Trautenheim. Aber denken Sie da dran später, gell? Also, das ist dann später alles hier muss genau stimme. Das stimmt eh nicht. Und wehe, sie mache ihre Aufnahme nicht so wie ich das mache. Ja, ich mach die Aufnahme unprofessionell und unerfahren. Ja, das wissen wir alle. Ja, man lernt dazu. Bei der nächsten klappt das schon besser. Genau. Ich hab auch noch so meine Schwierigkeiten mit diesen Random-Programmen und ein richtiges zu finden, das leicht zu bedienen ist und... Halt immer so viel Fipselei und... Ja, gut. Das gehört dazu, ne? So ist das! So ist das, Lebe! Ich mach mir mal ein paar Fackeln, ich hab ja gut Kohle gesammelt. Eins, zwei, drei, vier... Ahem, ja. Ja? Ja. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, ich würd mal sagen... Creeper! Nein, das nicht. Ähm, bisschen Materialien sammeln. Ich bin auch grad auf Suche. Oh. Ja, bleib auf Suche. Ja, bleib ruhig auf Suche. Wieso? Wieder was kaputt? Nö, nö. Ach was. Neiiiin! Ja, ich kann das reparieren. Du bezahlst die Tür. Ne, die nicht. Nur die Landschaft. Nur die Landschaft. Ja, also das kannst du ja lassen. Das soll ja ein bisschen... Ja, direkt vorm Haus. Sieht ein bisschen scheiß aus. Ey, hier geht's voll geil weit runter. Und hier gibt's überall Eisen. Und ich hör Lava! Lava! Äh! Lava! Äh! Ich, ich muss mal Ding machen, ähm... Äh... Ich muss mal hier einen Waypoint setzen. Ach, jetzt auf einmal! Ja, bei, bei... Warte mal, wie nennen wir das zu Hause? Sag mal irgendwas Witziges. Home sweet home? Nee, ich sag doch was Witziges. Ach so. Ähm, Ding. Die Dahalla vor uns, Bruder. Boah! Was für geile Hülle. Zwar nix hier, aber egal. Oh, mein Headset geht leer. Dann kauf die Acti-Mail. Ne, das aktiviert nur Abwehrkräfte, aber keine Akkus. Mach dich fertig, Creeper! Der Penner hat meinen Hund fast getötet, du... Oh, der hat mir aber Eisendrei gespringt. Danke, du Neger. Woah, wie viel Eisen hier ist! Ich werd Millionär! Ich wär so gerne Millionär! Dann wär mein Konto niemals leer! Pfff! Das Video wird nachher gelöscht von der GEMA. In was... ähm, ach... Ich nenn das... Dieses Zuhause einfach... Krabben... Burger. Krabben-Burger! Ja. Ja. Die Farbe sieht extrem scheiße aus. Du hast auch Reis-Mini-Map, richtig? Pfff! Kann ich dir gar nicht sagen. Ja, wie ist dein Ding da oben? Ist das so viereckig rund, oder... Gibt's aber richtig viel Eisen, du? Wie sag das? Ja, das ist... ähm... Viereckig... Ja, Reis-Mini-Map in der Version 3.3-05. Ähm, hast du grad was zu tun? Was? Ich hab nie was zu tun. Nein, weil sonst würde ich dich zu mir hin teleportieren. Nee, sowas machen wir nicht. Nee, nee. Ey, das sind ganz normale Befehle, ja. Ja, aber das kommt ja scheiße, wenn ich da hinlaufe. Nein, wenn ich da... Ich geh mal... Ich geh mal selber in die Schlucht und such was. Ey... Donut... Okay... Sag Bescheid. Jetzt geht's auf einmal, wenn ich hier übers Gras sprinte, wie so ein Verrückter. Bogen gefunden, jawohl. Jetzt weg. Schmeiß ich weg. Gott. Das brauchen wir nicht. Spinnerauge brauchen wir nicht, oder? Nee, Feder, schmeiß ich weg. Boah, der Bogen ist ja noch fast intakt, Alter. Wie geil ist das denn? Oh, und hier ist Eisen ohne Ende. Das macht das Tank nicht so richtig an, du. Oh, yeah. Richtig Eisen-Party. Mach mal keine Kelloggs mehr essen. Eisen. Ja. Oh Gott, war der schlecht. Oh Gott, ja, dazu sag ich nix, ist okay. Ey, bloß weil du so vergammeltes Fleisch hier essen tust, ja. Ich hab feinstes Chicken daheim. Oh Mann, ey, das hängt schon wieder ein bisschen. Ja, heute ist echt der Wurm drin. Weißt du, ich spiel Battlefield 3 auf ultra high definition und ich spiel Minecraft und es leckt. Ich wöne euch etwas. Ich wöne euch. Ich wöne euch. Wenn euch das mal. Und bitte nicht und so weiter.